So, wir begrüßen Sie aus München. Hier ist der Experten-Talk von 1x2.com. Eine Sondersendung zum Prix del Arc de Triomphe. Alle Rennsportfans der Welt werden heute gespannt nach L'Anchon schauen in den Bois de Bologna. Das 4-Millionen-Spektakel gilt ja immer noch als inoffizielle Weltmeisterschaft. Ich denke auch zu Recht, obwohl es da ja mittlerweile ein paar Konkurrenzveranstaltungen gibt. Aber der Arc ist einfach das Maß der Dinge. Das hat man sich ja auch im Stall von Dane Dream gedacht und hat die Stute für 100.000 Euro nachgenannt. Hat sie dann allerdings auch zur Hälfte verkauft an einen japanischen Besitzer. Und es steht ja fast zu befürchten, dass sie ganz nach Japan wechselt nach dem Laufen im Arc de Triomphe. 400.000 Euro, da hat man doch mehr als nur den olympischen Gedanken. Ja, wenn man mal überlegt, der Gaul hat schon 400.000 gewonnen, also 100.000 abgezogen. Muss man mal schauen. Die Besitzer sind wohl sehr, sehr zuversichtlich. Aber Dane Dream für mich eine Außenseiterchance, muss man klar sagen. Als Stute hat natürlich in Deutschland die deutschen Pferde geschlagen und noch nicht europäische Luft geschnuppert. Ja, Sarafina, unsere Stute hier, die wird als Favoritin aufmachen. So ein bisschen dieselbe Story wie Sakawa damals, wo Christoph Sommelion gewonnen hat. Ja, und die hat letztes Mal die beiden Japaner ja sehr gut geschlagen, obwohl der Japaner auch nicht so sehr die Peitsche angefasst hat. Der gute Hiruno Damur. Also da muss man mal schauen, wenn die beiden Kopf an Kopf gehen, ob der Japaner dann vor Sarafina ist, die ja letztes Jahr sehr enttäuschend dann außen festsitzend war und keinen guten Rennverlauf hatte. Ja, Workforce, der steigt schon in den Quoten. Da soll der Boden sehr gut sein und Workforce mag ja eher weicheren Boden. Da muss man mal schauen, wie das Wetter dann am Arktag doch wirklich ist. Es soll keinen Tropfen Regen. Übrigens haben wir in allen Wetterberichten gelesen, in allen Prognosen, 27, 28 Grad sogar am Sonntag in Paris. Das spricht eher für Snowfairy, wollte ich nur sagen. Die braucht festen Boden hier. Das ist der Ritt von Frankie Dettori. Und es hat ja lange, lange kein Pferd mehr den Sieg wiederholt. Das gelang Lester Piggott in den 70er Jahren zuletzt. Und Workforce, obwohl ja der kongeniale Partner Ryan Moore rechtzeitig wieder fit geworden ist mit seinem Armbruch, wird es schwer, meinst du? Ja, es wird schwer. Also für mich, mein Pferd ist eigentlich so you think. Also wie gesagt, das Rennen, da kann man immer seine eigene Meinung haben. Aber das Pferd hat nur einmal verloren gegen Rewilding. Rewilding, der ja gestorben ist, dann hat sich ja das Bein gebrochen. Leider, ja, der hat auf europäischem Boden noch nie verloren. Sowieso ein Toppferd, fast an 4 Millionen Sieggewinn-Summe. Also für mich ein super Pferd. Das Einzige ist der Reiter mit dem jungen Heffernan. Da muss man mal schauen, wie der sich anstellt in dem Rennen. Also dass der mal den Arc gewinnt, das glaubt auch keiner so richtig. Natürlich die Franzosen auch stark. Der Derby-Sieger ist Damien, drin nachgenannt. Reliable Men sowieso. Aber mein Pferd bleibt, so you think. Und der wird sich, ich sag mal, betteln dann mit Sarah Fiena. Und vielleicht kommt dann Snowfairy auf drei. Genau, und wir drücken natürlich auch die Daumen für Dane Durim, für das deutsche Pferd. Es gab erst einen deutschen Sieger, auch das war in den 70ern Star Appell. Und jetzt versucht es anderer Starke hier für Trainer Peter Schirgen im Arc de Triomphe. Das Rennen wird sein, das sechste der Karte. Und Sie können es natürlich live sehen im Videostream bei uns, wie die ganze Veranstaltung. Einzige Voraussetzung ist eine kleine Wette. Aber das sollte drin sein, denke ich, bei so einem tollen Programm. Uns interessiert natürlich neben dem Arc auch ganz besonders das zweijährigen Rennen. Der Prix Jean-Luc Le Gardère, das Grand Criterium d'Abirzim, der ja unserem Hause gehört, ist ungeschlagen. Vier Starts, vier Sieger und man weiß immer noch nicht, wo eigentlich das Limit liegt bei D'Abirzim. Der Pariteur hat ein bisschen ketzerisch getitelt zu diesem Rennen. D'Abirzim besucht nur eine Beerdigung. Sieht es wirklich so schlecht aus für die anderen? Ja, es sieht sehr schlecht aus für die anderen. Vor allem, weil O'Brien all seine rausgenommen hat, seinen guten Power. Der war natürlich ein Gegner für D'Abirzim gewesen. Ja, er läuft hier eigentlich gegen dieselben Pferde, McRoe und SoFast. Die hat er schon alle mal geschlagen. Ja, und die liefen letztes Mal alle drei gegen American Devil. Da stand American Devil 21. Aber auch der war nur Dritter im Prix de la Rochette. Und er wurde von SoFast gewonnen. Also SoFast kann sich natürlich gesteigert haben zu seinem Laufen gegen D'Abirzim. Ja, dann die Engländer noch mit Furt Bastion am Start. Aber auch der nur leichte Rennen. Letztes Mal hat er mir auch nicht gefallen. War dort gegen Erhils, gegen ein Scheichpferd, nur klarer Zweiter. Also auch der würde es schwer haben. Gegen D'Abirzim, ja, und die Jockeyverteilung. Lanfranco Dettori sagt schon einiges aus. Und 350.000 Siegdotationen. Ja, das würde ich auch gerne mitnehmen. Ja, also Frenkie Dettori ist sicher die halbe Miete hier in so einem Rennen, der zum Glück wieder den Ritt zusagen konnte, nachdem Godolphin kein Pferd im Rennen hat. Also D'Abirzim mit Frenkie Dettori. Fünfter Sieg in Folge, Fragezeichen. Am Sonntagnachmittag im Grand Criterium in L'Enchant. Und dann gibt es noch den Prix de la Faurée. Auch das natürlich ein Rennen von größtem Interesse. Nicht nur, weil ein deutsches Pferd läuft, Alliantus für Trainer Jens Hirschberger, sondern es wird aller Voraussicht nach der letzte europäische Auftritt sein, der Ausnahmestute Goldi-Cover, die ja hier ihren Vorjahressieg verteidigen will und die dann nur noch läuft, so viel uns bekannt ist im Breeders' Cup in Amerika. Dann ist endgültig Ende mit der wirklich einzigartigen Laufbahn dieser Stute. Wird sie ihren letzten Auftritt in Europa gewinnen, denkst du? Ja, es wird schwer. Letztes Mal hat es ja verloren gegen Immortal First. 56 verloren, das ist schon eine Hausnummer für so ein Pferd. Also ganz, ganz starke Stute. Die wird ja in die Annalen eingehen. Ja, Dream Ahead, der hat ja in Frankreich enttäuscht. Da waren nur Sieb da. Und letztes Mal hat er dann wieder gewonnen im Sprint Cup mit William Boyk. Der wird auch heute wieder draufsetzen. Also das könnte der Gegner sein, aber muss natürlich noch ein halbes Kilo geben. Ja, Alliantus gegen Schamalgan in Baden, sah nicht ganz gut aus, wird auch hier, glaube ich, von der Spitze gehen. Die Flashdance haben sie ja wieder einen Pacemaker reingenommen. Italiener sind auch am Start mit Worthhead. Marsch Andor, zu alt, meine ich, für das Rennen. Ja, die Engländer fehlen. Ken for the Clips, der fehlt hier drin. Von Bewitched meine ich auch nicht, dass der hier eine Chance hat. Also für mich, Dream Ahead gegen Goldie Cobra. Goldie Cobra wird sicher unter 20 abgehen. Und vielleicht kann man den Engländern nehmen, Dream Ahead. Und wir hoffen natürlich auch auf ein gutes Laufen von Alliantus im Prix de la Forêt, im Rahmenprogramm des Arctic Triop am Sonntagnachmittag. Das war nur ein kleiner Ausblick. Wir könnten eigentlich alle Rennen besprechen, die unheimlich stark besetzt sind. Sie sehen es bei uns live im Frankreich. Es ist zu Riem eine kleine Wette genügt. Dann können Sie den ganzen Nachmittag schauen, natürlich mitzocken. Und Sie sehen dort übrigens ein kleiner Tipp für die Traberpanzer, auch das Hunyadi Memorial aus Wien. Das übertragen die Franzosen, ich glaube, als einziges Trabrennen der PMÜ am Sonntagnachmittag. Dazu viel Spaß. Danke, Alex. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus München. Viel Glück. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020